Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Clustertruck. Ich habe übrigens, bevor ich jetzt mit der Steampunk-Welt anfange, ich habe mir einen neuen Skill zugelegt und zwar... Ähm... Das hier. Wir können jetzt... Zeig doch... Ah! Es hängt sich da an, aber wir können die Trucks einfrieren. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das Ganze ist. Ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Aber ich möchte es mal testen. Das heißt, wir fangen an. Los geht's. Das fängt super an. Echt, ich bin so stolz auf mich. Achso, okay. Ich muss das gedrückt halten und dann kann ich die Trucks einfrieren. Was ist jetzt? Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber das erklärt nicht, warum ich gerade so scheiße bin. Oh mein Gott. Das mit dem Zeitstoppen da oder mit dem Trucks stoppen, finde ich gar nicht so einfach, weil man... Ähm... Weil man... Weil man irgendwie auch wieder aus diesem Flow rauskommt. Oh Gott. Ne, ich kann das nicht. Ich brauche wieder... Moment. Da. Gib mir meine Time-Slow zurück. Ich habe 19.000. Ich glaube, ich kann mir sowieso nichts... Ich kaufe mir das einfach mal. Was soll's. Benutzen werde ich es nicht. Benutzen werde ich weiterhin das hier. Aber ich möchte alle Skills haben. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Los geht's. Also Zeitstopp. Also dieses Truckstopp. Damit kann ich einfach nicht umgehen. Weil mich das... Oh Mann. Ich bin sehr einfach gestrickt, was das angeht. Und wenn dann Trucks einfach stehenbleiben, die nicht hätten stehenbleiben sollen, dann verwirrt das mein Gehirn. Ab jetzt. Okay. Puh. Ich meine, die Zeit war bestimmt scheiße, aber das ist mir egal. Hauptsache, ich habe das Level geschafft. Oh Gott. Das ist cool. Okay. Ich bin so dämlich. Hä? Ach, da hinten. So ein Arsch. Oh Gott, war das schlecht. So, war das gut? Ich habe keine Ahnung, wie gut das jetzt war. Von der Zeit her. Ich möchte das nochmal probieren. Ich möchte... Das muss doch möglich sein. Moment. Wie schnell war das jetzt? Besser. Das war glaube ich schlechter. Oder? Komm schon. Ich überlege gerade. Gibt es einen Skill, der mir hier weiterhilft? Ich schaffe es nicht, unter die 1000 zu kommen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Mann. Oh Gott. Ich muss ja dann offensichtlich da rein. Hä? Ich finde es echt cool, dass man mit dem... Mit dem... Mit dem... Dingshaken... Nicht nur an Trucks, sondern überall sich weist halten kann, aber... Man muss es auch beherrschen. Und das tue ich ganz offensichtlich. Nicht? Ach so, geradeaus. Mann. Das soll mir mal einer sagen. Oh Gott. Nein. Oh Gott. So. Jetzt aber. Fuck. Oh Gott. Ich war zu hektisch. Ich hätte die Konzentration bewahren müssen. Fokussieren und so. Und... Perfekte Landung. Fast perfekte Landung. In Ordnung. Mein Kopf. Wow. Komm schon. Jawohl. Ja. Ja. Der Truck. Der Truck ist es. Danke. Komm schon. Ja. Okay. Wie gut war das? Gib mir eine gute Zeit. Komm schon. Oh Gott. Die schießen ja mit Trucks auf mich. Was soll denn der Schei? Oh mein Gott. Ist das geil. Ja. Ich freue mich so dermaßen. Ich lebe noch. Aus dem Weg. Autsch. Ich muss nur mal versuchen, auf so einen Truck drauf zu kommen. Der so elegant mir entgegengeschleudert wird. Okay. Ähm... Nein. Nein. Autsch. Was das für eine Verschwendung an Fahrzeugen ist? Oh. Hi. Ich meine. Danke. Nein. Ja. Nein. Ich hätte... Nein. Ich schaffe das noch. Was geht sich aus? Was geht sich aus? Sitzen da eigentlich überall Leute drin in den Trucks? Ich meine, ja. Die müssen ja irgendwie... Wow. Entweder denn verdammt gute Lebensversicherungen haben oder ein scheiß Job. Oder beides. Nein. Mann. 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 bin ich voll scheiße okay das wäre so cool gewesen aber was soll's nein wie fies es sieht so ding aus wie die Trucks von der seite kommen so hallo ich bin ein ich bin voll niedlich ich weiß nicht warum ich lebe da oh oh Gott oh Gott oh 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 ooo ohhh 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 ich krieg das hin ich weiß was ich zu tun hab oh mein Gott ohhh und jetzt auf und nein geht weg lasst mich allen in Ruhe ouch ich bin ja am truck hoi 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 ho 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 jawohl oh man Panik und bin ich gut naja im worten oh mein gott okay ich verstehe okay ich sehe schon es wird nicht einfach aber ich krieg das hin ja oh mein gott ich muss das schaffen es ist ja gar nicht so schwer eigentlich doch ist es ach so stimmt über zeit verlangt vergessen damit soll es eigentlich besser funktionieren so einigermaßen ach ich soll schön sprechen schöner fang okay okay ich lebe doch nein oh gott im zeitclub ist es noch viel schlimmer aber ich finde es geil oh nein was soll das das ist von daneben du arsch truck okay ich habe jetzt ein gutes gefühl bei der sache ich glaube ich habe es jetzt richtig intus die ganzen abläufe die hier von statten gehen ich habe sie mir gemerkt ins gehirn eingebrannt truck 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 das ist das ist ein arsch okay warum fliegt er so seltsam was soll das was soll das das ist so und und los oh gott zu knapp alles viel zu knapp hier gerade okay dich noch kommt schon das geht sich aus das geht das geht ja endlich oh man das war gar nicht so einfach wahrscheinlich bewusst zu gehalten um mich zu ärgern scheiße was passiert hier werde ich ganz voll beschleunigt hier geil los bringt es nach vorne jungs passt auf was ihr tut weiß ich zusammen okay das war jetzt eigentlich einfach eigentlich und wartet auf mich man die sind viel zu schnell ist dass ich dann oh gott guckt euch nicht so gegenseitig an ja gott zu dank und jetzt bleibe ich einfach hier oben stehen oder auch nicht haha oh man oh man oh man oh man oh man guckt euch einfach wieder zugehtern oh man oh man ok da kommen trucks wieder entgegen geflogen das ist so schön oh mein gott war da knapp mein oha Oh fuck Du bist mein Außerwilder Nein, das ist schlecht Du bist mein Außerwilder Truck Nein, du bist Irgendwie Ich warte jetzt einfach hier Oh Gott Eigentlich unfassbar, wie religiös ich bei dem Spiel bin So oft, wie ich nach dem Herrgott schreie Könnte man meinen, ich versuche hier was zu predigen Mach ich aber nicht Ja Nein Jetzt aber Ich weiß, dass ich das hier bekomme Ich spüre das In meinem Blut Und Urine Oh fuck, fuck, scheiße Meine Körpersäfte haben mich angelogen Ich hasse meine Körpersäfte Wow Das war jetzt voll scheiße Fährt doch irgendwer Fährt zuflächlich in die Richtung Ich werde ganz kurz hier was machen Moment Ich möchte ganz kurz was ausprobieren Weil ich glaube, dass in dem Level Der Boost Gar nicht zu dumm wäre Wow Okay, vielleicht doch nicht ganz so klug Mann Das ist so fies Mann So Und da unten werde ich jetzt gleich nochmal den Boost einsetzen Damit ich einfach einen da unten erwische Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon Ja Und weiter Bringt die ganze Ziel Verdammt Jetzt ist mein Hals Langsam sicher etwas In Mittlerhinschaft gezogen worden Durch diese Ewige Ich weiß nicht, was ich sagen wollte Und außerdem ist das Echt scheiße Okay Zahnräder Bisher ist sie doch mag Wow Okay, hier ist der Boost wieder mal sinnlos Ich muss wieder wechseln Moment Enterhaken Play Out Und los geht's Ich springe mit den Tracks Mir in Irre Aber das ist mir egal Ich mach das Gär Ich hätte nicht gedacht Ich das überlebe Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ähm Das ist ja fies Aber es soll so sein Das Spiel erwartet von mir Dass ich diese Situation meistere Dann wollen wir mal Dem Spiel das Gegenteil beweisen Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Ja Gott sei Dank Mann Also ohne den Zeitverlangsamen wäre ich jetzt echt im Arsch gewesen Mal wieder Bäh Okay Letztes Level Oh Gott Bäh Ich muss da wieder ein bisschen tricksen Um diese Situation zu meistern Okay Oh Mann Das ist ja fies Aber es geht sich alles aus Oh Mann Ich steh sicher Ich schaff das Es geht sich alles aus Oh Mann Ähm Okay Okay Was Das ist noch gar nicht das Ende Oh Mann Das ist ja fies Oh Gott Warum stehen da eigentlich Trucks am Dach rum Das ist so Ja Toll Eigentlich Aua Könnte ich wieder da vorne hinstellen Weil da bin ich ja sicher Da kann mir nichts passieren Ich bin auf der sicheren Seite hier So Oh Okay Und jetzt Unbedingt aufpassen Komm schon Das geht sich aus Das geht sich aus Jawohl 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 Und ja Okay Ich hoffe das war einigermaßen in Ordnung Es war Okay Was kommt denn als nächstes Hell Ich dachte jedes Level hier war bisher die Hölle Aber okay Anscheinend nicht Ja Freunde Das heißt in der nächsten Folge Sehen wir uns dann in der Hölle wieder Oh Mann Ich Oh Gott Das wird bestimmt voll lustig Eben mit Lava und so Lava Ja Ja Bis zur nächsten Folge Mein Name ist Taco Danke fürs Dusehen Macht's gut Ta-da Ta-da multiplied Pa-da Ja Beside